Ladies and Gentlemen, machen Sie sich bereit für die faszinierende Turmtreppe in Level 38 in Bridge Constructor Portal, featuring Gladys. Sie ist noch ein bisschen schüchtern, Gladys. Sie will noch nichts sagen, sie traut sich noch nicht. Und ich sehe alles, was man... Ich sehe alles. Ich freue mich. Ich sehe Turrets, ich sehe Laser, ich sehe eine Blockade, ich sehe... Wie hat man sie genannt? Klaus-Dieter? Hans-Dieter? Klaus-Dieter? Kugeln. Wir können sie auch Kugeln nennen, keine Ahnung. So, wo kommt sie raus? Wo musst du rein? Ah, ich verstehe. Ich muss die Kugel hier durchleiten. Nehmt er gleichzeitig die Turrets mit? Und dann muss das Ding da oben rein und gleichzeitig muss ich hier unten eine Brücke bauen, damit die Gabelstapler-Kollegen auf die andere Seite kommen. Ist doch ganz easy. Ich gebe mir 10 Minuten. Fangen wir mit 90 Grad... Wir fangen mit 90 Grad... Äh, 45 Grad Winkeln an. Ist doch selbstverständlich. Das ist 45 Grad. Das hat schon mal wunderbar funktioniert und das war nicht ironisch gemeint. So, jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, hier die 45 Grad auszuloten. Äh, ja. Ich habe keine Ahnung. Aber davon jede Menge. Das müssten 45 Grad sein. So. Das testen wir. Das sind keine 45 Grad. Äh, ich habe doch was ganz anderes gebaut. Hä? Ach, ich muss von hier oben aus gehen. Natürlich. Mensch, ja. Fünfe... Problem ist jetzt nur... Äh, ja. Wir müssen natürlich... Klar. So. Zack. Zack. Wunderbar. Jetzt weiß ich nun. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich hier keinen 45 Grad Winkel bauen kann. Macht die Sache natürlich belastend. Kann ich denn tricksen? Das schaut gut aus. Das sind 45 Grad. In einem wunderbaren Konstrukt, welches sogar hält. Ich bin begeistert. Passt der Winkel? Der Winkel... Ah. Der Winkel passt nicht. War zu erwarten. Okay. Das ist natürlich jetzt belastend. Kann ich das Ganze verlängern? Ich glaube nicht. Nein, kann ich jetzt nicht verlängern. Ähm. Das kann ich auch nicht verlängern. Ich könnte aber... ...diesen Weg halbieren. Moment. Und dann nach hier gehen. Wo das natürlich scheiße aus... Äh... ...bescheiden aussieht. Machen wir das Ganze. Das sieht nicht wirklich viel besser aus. Gebe ich jetzt mal ganz oft... Hä? Na, komm. Wo ist die Mitte? Gibt's nicht. Tja. Schöneres Wettbewerb gewinnen wir also heute auch nicht. Äh... Wo ist jetzt... Ah. Mein Winkel ist weg. Da ist er wieder. Wie gesagt. Sieht scheiße aus. Äh... Beschissen aus. Aber... Äh... Ach. Okay. Ja. Alles... Alles weg. Okay. Das ist er, ne? Okay. Sehr gut. Oh. Ja? Nein. Mach mal jetzt nicht. Astheim. So. Das ist einfach. 45 Grad. 45 Grad. Äh... Ne. Hier müssen wir anders arbeiten. Hier muss ich jetzt... Dann... Und dann... Äh... Und dann muss ich den so... Das heißt, ich muss... Oh. Ich muss mich jetzt verarschen. Ich muss mich jetzt verarschen. Äh... Äh... Okay. Zu flach. Oh. Sieht ganz beschissen aus hier oben. Ja. Den brauchen wir ja nicht. So. Und jetzt müsst ihr... jetzt ausprobieren. Jetzt haben wir seine Zeit. Jetzt haben wir seine Zeit. Mmh. 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 Einen nach unten. Moment mal. Der ist doch völlig egal. Der ist doch völlig egal. Nee, warte mal. Äh, nee, der ist, der, der, ich nehme alles zurück, der ist nicht egal. Äh, der ist nicht egal. Hat er sich getestet? Ich habe das schon wieder vergessen. Genau, das war das. So, einen nach oben. Das hatte ich gerade genauso, ne? Ich habe gerade einen nach oben gemacht. Ja. Das heißt, ich muss noch einen nach oben gehen. Jetzt wird der aber wahrscheinlich zu früh aufkommen und der Turtles mitnehmen. Viel zu früh. Also einen nach unten, dann machen wir den dafür einen nach links. Okay, lassen wir es erst mal so. Lassen wir es mal so. Vielleicht können wir hier irgendwie mit dem Dach arbeiten. Ich weiß es doch auch nicht. Erst mal muss ich jetzt gucken, dass ich da irgendwie rüberkomme. Das wird lustig genug. Ich weiß nämlich noch nicht, wie ich das machen soll. Oh. Natürlich reicht es wieder nicht. Das reicht genau nicht. Ach, komm jetzt ernsthaft. Da kann ich nicht durchbauen. Ich will nicht mehr. Ich kündige. Das gibt es nicht. Das reicht alles so gerade eben nicht. Das bricht doch alles zusammen. Du kannst mal erzählen, was du willst. Oh. Nein. Ähm. Problem. Jetzt nix mehr. Komm, fahren. Einfach fahren. Mal sehen. Ach, ich hab die Brücke hier. Ich darf nicht. Nein. Oh, das geht. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. In. Elf Minuten. Ja gut, ich hab den Konvoi noch nicht. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ähm. Plöng. Hier rein. Hier raus. Plöng. Da rein. Ganz einfach. Oh, ich hab da was vergessen. Ja. Ja, ha. Es hält. Es hält. Es hält. So. War doch einfach, oder? Nein, jetzt muss ich irgendwie. Von da aus noch was basteln. Okay. So easy. Okay. So easy. Okay. So easy. Spiderman lässt grüßen. Ja. Nein. Ich hab da was vergessen. Warum hält das denn nicht? Nein! Kann ich den doch weiter bauen? Warum rutscht das scheiß Ding denn da links? Nein! Dieses blöde Ding rutscht drüber. Nee! Das kann nicht sein! Ja! Ja! Nein! Ah! 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 Es hält! Es hält! Es hält! Es hält! Es hält! Es hält! Hä? Oh! Ernsthaft? Oh! Oh! Das geht ja gar nicht! Oh! 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 Dann halt so Hier können wir ja langsam mal Ach ne Ich hab keine Lust Ja So Guck mal Ah herrlich Ja Okay Einer ist durch Der Konvoi wird niemals Da durchkommen Da wird alles zusammen krachen Ich probiere es trotzdem Ah die kommen aber ganz 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 langsam hintereinander Das ist gut Oh nein Das muss hier vom Timing abpassen Ich befürchte ganz schlimm Ich befürchte Nein 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 Es kracht zusammen Es kracht zusammen Naja Vielleicht reicht diese Modifikationen schon Noch hält alles Drei Vier Ich zähl gar nicht mit dort Wie zu lange Nein Da kracht das Erstseil ist gerissen Das zweite Seil reißt Das vierte Seil Und jetzt reißt alles Ich habe die Befürchtung Dass die Seile Die scheiß Idee waren Das heißt Wir montieren alle Seile ab Wir nehmen Stahl Stahl ist immer eine gute Option Da kann man stabile Dinge draus bauen Ein solides Grundgerüst Und daran hänge ich jetzt alles auf Und dann kann man am Ende immer noch ein paar Seile nehmen Falls einem was nicht gefällt Ach guck mal das ist ja nice Dann nehmen wir nämlich für hier noch Seile Und für hier auch noch eins Je nachdem ob wir das Ja können wir festlegen Wunderbar Und das sieht doch schon viel Nicht so gut aus Das geht nicht Das geht Das geht nicht Das geht Jetzt reißt es Ich mache mehr Seile Oh Was ist das für eine Physik Unrealistisch Das geht nicht Das wird nix Das wird nix Die Kante ist im Weg Es bleibt einer hängen Ich glaub es ja nicht Ich glaub es nicht Ich glaub es nicht Astrei So gönnen wir uns die 40 auch noch Würde ich sagen Perfektes Timing Oh nein Nein Perfektes Timing Ich mochte diesen Asiaten noch nie Den Timing Was zur Hölle Hier raus Äh What Hä Wo muss ich denn da hin Jetzt mal ganz blöd gefragt Ich versteh das grad noch nicht so ganz Ah Warte mal Ne Knopf Der aktiviert Cube Cube fällt drauf Ah Cube Aktiviert Macht das Tor auf Und macht aber hier zu Das ist aber blöd Hä Ich äh Ich äh Nichts zu verstehen tue das What Ja Ich verstehe Was soll ich denn hier machen Hä Hä Ich Ich verstehe gerade Überhaupt Nix Hä Ich hab Ich hab keine Ahnung Aber davon viel Ich hab keine Ahnung 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 Das war mir eigentlich ja klar, ne? Ähm. Wie schnell sind die? Nicht schnell. Hui. Nicht schnell. Das heißt, ich muss hier auch noch irgendwas hinwickeln. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Natürlich geht das nicht. Aber so gerade eben. Ich wollte gerade sagen, da darf ich aber keiner... Oberfahnen. Ähm. So. Das war ja jetzt soweit. Logisch. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich absolut keinen Plan habe. Nee. Oder Moment, doch. Warte, vielleicht. Aber nur eventuell. Ich weiß es noch nicht genau. Bin mir eigentlich überhaupt nicht sicher. Eigentlich weiß ich nichts. Kann das sein? Eigentlich kann das nicht sein, nicht? Ähm. Ähm. Ja. Genau. Das dachte ich mir. Das kann ja gar nicht funktionieren. Ich probier mal draus. Da kommt ein neuer. Ja, easy. Easy. Gar kein Problem. Ich bin nur der Konvoi. Bei der Platz 1, komm, Konvoi direkt hinterher. Zack, zack. Das funktioniert jetzt. Pass mal auf. Sag ich doch. Easy. Gar kein Problem. W-w-w-w- Ich brauch da kein Timing für. Verstehe ich nicht. Ich brauch da kein Timing für. Ich mach das so. Was? Ah. Abschnitt. Vollendet. Wird's ja mal voll. Wunderbar. Oh. Ich krieg ein Törret ins Büro. Oh. 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 Die 10 nächsten freiwilligen Testkammern Nein, mein Turret hat einen... Oh, der ist kaputt. Das Flügelchen von dem ist... ...ist locker. Wer soll ich denn da nicht mehr anmatschen? Machen wir mal so. Das wäre... Oh, wer tüpfen? Oh, wer tüpfen? Sehen wir dann in der nächsten Folge, wer tüpfen? Kann nur lustig werden. Waren schöne Brücken dabei. Auch wenn ich hart am verzweifeln war. Aber diesmal haben wir in 33 Minuten drei Brücken geschafft. Ja, doch, drei Brücken. Und nicht in 40 Minuten, zwei. Also der Schnitt, der geht wieder steil Richtung Meer. Mal sehen, wie lange. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Cheers.